Auch in der neuen Woche dauert die Kältewelle an. In den Frühstunden ist weiterhin Bibbern angesagt, vielfach liegen die Temperaturen zwischen minus 10 und minus 15 Grad. Hier ein Blick auf die Entwicklung der Großwetterlage. Weiterhin dominiert über großen Teilen Europas hoher Luftdruck. Man sieht außerdem, wie Tiefausläufe auf dem Atlantik über Island nach Norden abgedrängt werden. Somit hat milde und feuchte Luft nicht den Hauch einer Chance. Solange die Verbindung zwischen dem Hoch über der Nordsee und dem Hoch über Nordrussland bestehen bleibt, weht der Wind überwiegend aus östlicher Richtung. Damit ist der Zustrom weiterer Kaltluft gesichert. Erst wenn diese Achse aufbrechen würde, könnte mildere Meeresluft eine Tauwetterphase einleiten. Dies ist innerhalb der nächsten acht Tage aber äußerst unwahrscheinlich. Die Eisproduktion an Flüssen und Seen geht also weiter. Zu Wochenmitte dürften auch immer mehr größere Binnengewässer eine so dicke Eisschicht aufweisen, dass sie für den Eislauf zugelassen werden. Neuschnee ist dagegen nicht in Sicht.